Habt ihr vielleicht Kleber? Was ist denn das da? Zeitgenössischer großer Tisch. Hast du auch Kleber? Dann gehe ich jetzt mal auf meine Farm und gehe mal Bubu machen. Also falls ich überhaupt noch ein Bett habe. So, wo ist denn... Ja gut, scheiße. Hi Rowan. Du hast doch bestimmt irgendwo ein Bett für mich. Hi. Gute Nacht. Oh Mann, das war vielleicht eine Nacht. Mann, Mann, Mann. Ah, blö. Danke ihr Süßen. Was ist das eigentlich hier für ein Haus? Es ist rosa und so. Aber es gibt keinen Eingang. Oh mein Gott. Oh hallo, wir haben dich beinahe nicht gesehen. Bist du hier, um an unserem diesjährigen Maskenfest teilzunehmen? Es kommt sicher alles andere als gelegen. Aber vielleicht müssen wir es diesmal absagen. Einige unserer Untertanen sind... Nun ja, nicht die zivilisiertesten. Wie kann ich helfen? Du willst uns helfen? Fantastisch. Es geht im Grunde darum, dass es im Landgut etwas ungeordnet zugeht. Du könntest zwei Dinge tun, die wirklich große Hilfe wären. Zuerst musst du all die frechen Feen einfangen. So gelingt es uns vielleicht, einige der Dinge wiederzubekommen, die sie ganz heimlich, still und leise gestohlen haben. Am besten fängst du sie mit einem Insekten jetzt. Aber pass auf, dass du die unschuldigen Feen nicht störst. Unser Einer will für gewöhnlich keinen Schaden anrichten. Du erkennst eine freche Feen in ihrem rötlichen Glühen. Andernfalls kannst du versuchen, die Zimmer im Landgut wieder herzurichten. Du wirst vermutlich einige Möbelstücke in anderen Zimmern finden, die dort nicht hingehören. Einiges wirst du vielleicht auch nur dann bekommen, wenn du die frechen Feen fängst. Es scheint, dass ein paar Möbelstücke aus Zimmer 101 im linken Flügel fehlen. Zimmer 104 im rechten Flügel könnte auch mal wieder aufgeräumt werden. Du musst noch immer alles in Zimmer 105 wieder an seinen rechten Platz stellen. Ich möchte wirklich, dass Zimmer 106 wieder im alten Glanz erstrahlt. Wenn du nach oben gehst, wirst du sehen, dass in Zimmer 203 ein Teil des Dachs fehlt. Man kann Zimmer 204 kaum noch als Zimmer bezeichnen. In Zimmer 206 müssen wir wahrscheinlich einen Teil des Dachs wieder neu aufbauen. Zimmer 207 ist leider in einem erbärmlichen Zustand. Die frechen Feen haben in Zimmer 108 wirklich ganze Arbeit geleistet. Finde bitte heraus, was fehlt. Ähm, okay. Da muss ich erst mal ein Insektennetz kaufen. Emilia. Hallo, Emilia. Grüß mal deinen Papa von mir. Danke. Ja. So. Kriege ich hier... Oh, das sieht gut aus. Alright, 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 alright. So, jetzt muss ich Feen finden. Ich, ähm... Vermute, die sind... da drin. Ach, guck mal. Da hätte ich noch ein... Okay. Ähm. Ähm. Feenkönigin? Könntest du... Ah. Warum ausgerechnet zu so einem wichtigen Zeitpunkt? Unsere Geduld mit einigen unserer Altgenossen geht langsam zu Ende. Was soll ich nur tun? Ähm... Zuerst musst du eigentlich frechen Feen reinfangen. Ja, gut. So, ging er. Ja, lalala. Das habe ich ja alles schon gehört. Ah. Boop. Mädel, wo sind denn deine blöden Feen? Ich höre immer nur Landgut... Ah. Landgut hier, Landgut da. Weißt du? Ich weiß zwar auch nicht, wieso ich die mit dem Insektennetz fangen kann, wenn ich die Königin nicht damit fangen kann, aber... Ey, wie sieht es aus, Alisa? Willst du nicht wieder arbeiten gehen? Der Laden steckt also in einer Bedulie, was? Wenn du willst, kann ich dir ein paar Dinge für die Reparatur verkaufen, aber das kostet extra. Äh. Zack. Tutengehack. Das ist kein Insekt. Ach, sag bloß. Luftschiffplatz. Okay, und wo ist das Luftschiff? Ich sehe keins. Ich sehe kein Luftschiff. Was ist denn da? Bist du ein bisschen doof? Der Angelplatz ist da. Beenden Kizen ihre Sätze immer mit dem Ja? Ich weiß nicht. Ich habe absolut... Oh, die haben gar nichts mehr. Oh. Oh. Die haben... Oh. Der Laden steckt also in einer Bedulie, was? Okay, bitteschön. Oh, danke schön. Das ist ja nett. Was ist das? Das ist jetzt Briefkasten. Ach, guck mal da. Ähm. Ähm. Ich habe Blütenblätter. Okay. Huch. Was habe ich jetzt gemacht? Na gut, ich wollte jetzt meinen... Insektennetz auch nicht wegwerfen. Aber anscheinend habe ich genau das getan. Na, du dumme Kuh. Könnte es sein, dass ich den Brief irgendwen bringen muss? Jetzt muss ich erst mal... Ah. Zurück. Zu meinem teuflischen Plan. Äh. Da ist ein Schmetterling. Hier ist ein Schmetterling. Voll geil und so. Ähm. Wo war eigentlich Cecils Haus? Denn ich glaube, Cecil ist ausgezogen, weil ich, äh, Cecil den Briefkasten geklaut habe. Hier ist der Eingang. Guck. Hier ist nämlich auch kein Briefkasten. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich hier den Briefkasten weggenommen habe. Da. Tschüss, ne? Tschüss. Na, wo ist denn die Sau? Da ist sie. Ausgezeichnet. Können wir dir die Aufgabe abnehmen, sie zu rügen? Ja. Also dann, schauen wir mal, womit sie sich aus dem Staub gemacht haben. Ah, ausgezeichnet. Anscheinend konnten wir einige Teile der... Haben wir einige Teile der Wand gefunden? Äh. Diese könnten dir bei der Reparatur helfen. Ach herrje. Ähm, bevor ich jetzt hier anfange, wild rumzupuzzeln. Ah. Erstmal zurück zu meiner Farm und dort schön das Grün zu gießen. Äh. Ah. Äh. Ob ich das nochmal hinkriege? Ich weiß ja nicht. Wäre auf jeden Fall schön, weil, ähm, andernfalls hätte ich jetzt so ein bisschen Saatgut verbraucht, aber da stand ja noch nicht, ist tot, kannst du wegschmeißen oder so, sondern rauch Wasser. Oh. Eingeschlafen. Ist das Feenhaus jetzt weg? Ähm. Ähm. Ja, ich würde ja eigentlich schon ganz gern meine Aufgaben zu Ende machen, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Gibt's hier... Ich glaube, ich hab das schon mal... Ich hab wieder irgendwas weggeschmissen jetzt. Ich würde gerne mal wissen, wie man da oben auf diese Nachricht zugreifen kann. ich기�зд hab ich da oben da oben da oben da oben. the